Oh Mann, war das ein harter Tag. Ich habe echt gar keinen Bock, diesen Brief aufzumachen. Da können nur schlechte Nachrichten drin sein. Und tatsächlich sind da schlechte Nachrichten drin. Der Strompreis steigt. Jetzt ist schon die Miete gestiegen, DSL ist gestiegen und ich habe schon zwei Jobs. Kann mir mein T-Shirt leisten. Ich habe keinen Bock mehr. Ich muss meine Finanzen in den Griff bekommen. Los geht's! Herzlich Willkommen auf meinem Kanal Finanzen im Griff. Mein Name ist Marek. Es beginnt ja bald ein neues Jahr und da gibt es immer so schöne Vorsätze, die meistens nach ein paar Wochen nicht mehr eingehalten werden. Damit dir das im Finanzbereich nicht passiert, zeige ich dir drei Möglichkeiten, wie du ganz einfach deine Finanzen in den Griff bekommst. Damit du immer wieder an die Finanzen denkst, solltest du meinen Kanal abonnieren. Jetzt springen wir auf meinen Laptop. Bevor wir richtig starten, wollte ich dir noch einen wichtigen Tipp mitgeben. Und zwar solltest du unbedingt dir Ziele setzen, denn ich glaube, dass das den meisten hilft. Du sollst auch nicht nur an die Ziele denken und sagen, hey, ich habe es doch im Kopf, aber nach ein, zwei Monaten ist es vielleicht vergessen. Am besten immer aufschreiben und vielleicht noch irgendwo aufhängen, wo du es halt jeden Tag siehst. Meine Ziele sind neben dem Bett und daneben habe ich noch so ein Fischernetz, wo ich meine Ziele eben visualisiert habe. Also einfach nur ein paar Bilder reingehangen habe in dieses Fischernetz und dann sehe ich das jeden Morgen und bin halt dann motivierter, die zu machen. Und das würde ich dir auch so empfehlen. Klappt nicht immer, hat bei mir jetzt auch dieses Jahr nicht geklappt, da habe ich fast keine Ziele erreicht. Von daher ist es keine Garantie, aber es wird dir auf jeden Fall helfen, bin ich zumindest der Meinung. Ich fange mit der ersten und einfachsten Möglichkeit an und zwar besorgst du dir das Finanzgutachten von Marco. Ich habe es dir unten in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn du auf die Übersicht von meinem Kanal gehst, hast du hier auch einen Link, klickst einfach drauf und dann habe ich hier ein kleines Einführungsvideo, was denn der Marco so anbietet. Wenn du weitergehst, hast du hier noch das Interview mit Marco, damit du ihn besser kennenlernen kannst. Der Marco ist eigentlich so wie ich, der will das Beste für dich rausholen und er macht es halt persönlich, also 1 zu 1 praktisch und ich bin eigentlich vor der Kamera und tue praktisch das nach außen tragen, was man selber so umsetzen kann. Man muss natürlich das selber auch machen und das ist vielleicht bei den meisten das Schwierige, würde ich behaupten und deswegen kommen die nicht in die Umsetzung. Marco an sich hilft dir bei der Kostenoptimierung, das heißt er hilft dir deine Ziele zu verwirklichen, könnte man sagen, also deine finanziellen Ziele. Und deswegen sage ich auch immer, dass man seine Finanzen an sein Leben anpassen muss. Also welches Leben willst du haben und dann passt du deine Finanzen danach an. Und er hilft dir da im Bereich Versicherungen, Investments, Altersvorsorge, also er macht eigentlich auch keine Lebensversicherung mehr, außer du willst es halt unbedingt haben, weil er selbst davon nicht überzeugt ist. Das ist ja auch das Gute an Marco, er gibt dir nur das weiter, was er auch selbst machen würde. Und dann auch noch Immobilienfinanzierungen, also der ist wirklich sehr breit aufgestellt und da fehlt dann noch ein ganz kleiner Teil. Den wir uns gleich anschauen und du kannst auch einen Termin eben ausmachen über diese Webseite und auch sagen, dass ich dabei sein soll. Es ist natürlich ein bisschen schwieriger, dass man hier drei Leute zusammen findet und dann kann ich gleich dann weitermachen, nachdem wir das mit Marco gemacht haben, dass du praktisch noch ein kleines weiterführendes Coaching mit mir hast. Das heißt, dass ich dich einfach noch begleite und wir auch Sachen zusammen abschließen, dass wir das zusammen fertig machen, wie zum Beispiel jetzt beim Handy, günstiges Handy kaufen, hier ein bisschen Cashback-Erfahrung sammeln, dass wir hier Cashbacks machen und so weiter. Also wirklich die ganzen Möglichkeiten, die ich so kenne, dass wir die zusammen umsetzen und du das nicht alleine machen musst. Und jetzt habe ich noch einen Tipp zum Sparen, also du kannst mich ja kontaktieren, ich habe das alles unten verlinkt. Ich habe einfach hier 1, 2, 3 geschrieben, die drei Möglichkeiten und habe jeweils einen Link dazu gesetzt oder halt meine Kontaktdaten. Und dass du auch ein bisschen Geld sparen kannst oder einen kleinen Einblick bekommst, was ich so mache, empfehle ich dir meine Kanalmitgliedschaft. Da habe ich beim Finanzadel aktuell nur eine Person, das heißt, ich habe einmal im Monat einen Livestream über eine Stunde und habe nur eine Person. Das heißt, eigentlich bekommt derjenige eine 1 zu 1 Coaching und wenn du jetzt dazu kommst, dann kann man praktisch sozusagen das ganze Coaching machen im Endeffekt. Nur viel günstiger, also gebe ich dir meinen Tipp, dass du Geld sparst sozusagen und ich schlechter bezahlt werde. Aber es ist okay für mich, weil dann hast du einfach mal einen kleinen Schnupperkurs, könnte man sagen. Oder wir schaffen, dass wir halt wirklich einiges umsetzen bei dir und du dann einfach auf einem guten Weg bist und dann selber weitermachen kannst. Also die erste Möglichkeit ist wirklich ganz einfach, du hast einmal einen Berater, der dir wirklich einiges abnimmt. Ich würde sagen, 60 bis 80 Prozent nimmt er dir ab. So wie Wohnkosten zum Beispiel ist ein bisschen schwierig, da kann ich dir ein bisschen weiterhelfen. Genau und dann komme ich noch dazu, also auch wieder 1 zu 1 im Prinzip und kann dir da auch nochmal weiterhelfen. Also da hättest du sozusagen von zwei Personen einfach alles abgedeckt, was wir an Wissen haben. Also es gibt natürlich immer spezielles Wissen, wo man noch mehr machen kann. Jetzt komme ich zur zweiten Möglichkeit, die schon mal wesentlich aufwendiger ist. Und zwar holst du dir da immer noch das Finanzgutachten von Marco. Wenn du jetzt nicht weißt, was es ist, dann spring zurück zur Möglichkeit Nummer 1 und schau dir das an. Da habe ich es ganz genau erklärt. Und ich finde, das ist einfach ein guter Baustein, wo du einfach da mal anfängst und die kostet eigentlich so gut wie nichts. Deswegen meine absolute Empfehlung. Da hast du auch schon mal einen Ansprechpartner für alle Versicherungen. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Er macht auch Steueroptimierung. Also wirklich, du hast einfach da eine gute Abdeckung. Eine Freundin von mir hat es auch gemacht. Die hat sich da 40 Euro im Monat eingespart und hatte am Ende sogar mehr Leistung bei den Versicherungen, was echt gut war. Sonst war halt nicht viel rauszuholen bei ihr. Weil er macht auch Investments. Das war für sie jetzt keine Option im Endeffekt. Und mit meiner Schwester hatte ich auch vor kurzem das Gespräch. Die hat auch eine Rentenversicherung, eine private. Und die werden wir vielleicht rückabwickeln. Das macht er auch, weil da kann man sogar mehr Geld rausholen, als man eingezahlt hat. Genau, das wäre so der wichtigste Baustein, könnte man sagen. Und das zweite ist, du kümmerst dich einfach selbst um den Rest. Das heißt, die flexiblen Kosten oder einfach so kreative Ideen. Deswegen würde ich dir da empfehlen, einfach meinen WhatsApp-Kanal zu abonnieren. Da kommen immer wieder mal Tipps rein. Du kannst auch weiter nach oben scrollen. Da siehst du einfach, die ich schon mal gegeben habe. Das sind auf jeden Fall meistens so Tipps, die immer gelten, könnte man sagen. Da hatte ich zum Beispiel 11% Cashback auf Wunschgutscheine. Und die kann man bei Amazon, Otto, Zalando und so weiter einlösen. Also da gibt es immer so Sparmöglichkeiten oder einfach so Investment-Ideen oder generell so Business-Ideen, die ich habe, die ich umsetze. Und vielleicht kannst du dir daraus was ziehen. Und die nächste Möglichkeit ist, du schaust dir die Playlist an von mir. Ich habe einfach hier mal alle Videos nach Themen sortiert. Das heißt, ich habe verschiedene Themen und habe die hier abgedeckt. Versicherungen kannst du zum Beispiel sparen, weil das machst du mit Marco schon. Selbst die gesetzliche Krankenversicherung kann er vermitteln. Und da kannst du dir auch einiges rausholen. Das glaubst du ja gar nicht, was da möglich ist. Hier meine Wohnkostenreduzierung. Dann Cashback, da wo ich ja ganz stark drin bin. Wo ich auch fast schon Geld verdiene damit. Also nicht fast, ich verdiene damit Geld, ganz klar. DSL-Kosten, Handy-Kosten und so weiter. Ist einfach alles sortiert. Und da kommen noch viel mehr dazu. Also ich habe noch 150 Videos geplant. Also ich habe noch sehr, sehr viel vor. Und die sollen dann nächstes Jahr auf jeden Fall kommen. Also ich weiß nicht, ob ich 150 schaffe. Ich glaube eher nicht. Bin froh, glaube ich, wenn ich so 20, 30 schaffe. Auf jeden Fall habe ich sehr viele Themen schon, die ich noch ansprechen will. Und die ich, ja, wie soll ich sagen, behandeln kann. Oder wo ich einfach wirklich Ahnung habe oder Erfahrungen habe einfach, die ich dir weitergeben kann. Du merkst wahrscheinlich schon, dass es schon mal aufwendiger ist. Deswegen empfehle ich dir unbedingt, dass du meinen WhatsApp-Kanal abonnierst. Weil dann kriegst du immer wieder mal eine Benachrichtigung. Dann weißt du, ah, hey, Finanzen, muss ich mich kümmern. Guck mal, was der Marek so gepostet hat. Also absolute Empfehlung von mir. Und jetzt komme ich zur dritten Möglichkeit. Und das ist ganz klar, dass du komplett alles selber machst. Da habe ich auch ein Video mal gemacht. Das ist nicht ganz vollständig, ganz klar. Weil da habe ich jetzt nur die Videos verlinken können, die ich schon gemacht habe. Das heißt hier kostenloses Girokonto oder ein Girokonto mit Bonuszahlungen. Ich bekomme aktuell 6 Euro pro Monat Bonus von meinem Girokonto, weil ich es einfach nur benutze. Also extrem genial. Muss man mal überlegen, wie viel du an Kapital anlegen musst, um 72 Euro Dividende pro Jahr zu bekommen. Also das sind, ich glaube, 1200 Euro müssen das sein, bei 4%. Also das kann sich schon lohnen. Dann hier bis zu 10% Cashback bei Bezahlungen und so weiter. Also du hast wirklich hier viele Sachen. Vor allem Cashback mäßig bin ich ja da sehr gut aufgestellt. Dann gibt es hier noch, bei Wohnungen kann man einiges einsparen, Kredit umschulden. Das hat sich bei einer Freundin auch gelohnt. Da haben wir, glaube ich, fast ein Prozent rausgeholt, was sie weniger zahlen muss. Und bei 10.000 oder 15.000 Euro macht das schon ganz schön was aus, würde ich sagen. Genau, also da habe ich hier wirklich einige Tipps gegeben, auch einige Videos verlinkt. Und das kann ich nur empfehlen, dass du einfach da mal reinschaust in das Video und vielleicht einfach überlegst, was willst du selber machen oder willst du doch lieber von Marco das Finanzgutachten machen. Ich würde dir empfehlen, ganz klar, Finanzgutachten von Marco und den Rest selber machen. Also das wäre jetzt so meine Empfehlung. Klar kann ich dir auch helfen, würde mich freuen, wenn du darauf Lust hast. Und jetzt habe ich mir noch gedacht, da du vielleicht doch alles selbst machen willst, habe ich hier noch drei Buchtipps für dich. Das switchen wir gleich rüber zum nächsten Display. Mein erster Buchtipp ist ganz klar, mehr Geld für mehr Leben. Ich fand das Buch richtig gut, habe es natürlich bei Audible angehört, nutze Audible kostenlos, wobei es vielleicht nicht mehr funktioniert. Das wird sich jetzt bald herausstellen und da ist es wirklich so, dass man versucht, aus einem Euro möglichst viel Glück rauszuholen, könnte man sagen. Also die meisten tun ja sehr unbewusst konsumieren. Ich bin da sehr bewusst, weil ich ja weiß, welche Ziele ich habe und bei mir ist es halt wirklich wichtig, dass ich Freiheiten habe. Und deswegen habe ich auch meine Arbeitszeit reduziert auf nur noch drei Tage die Woche und das sind dann 26 Stunden pro Woche. Und das ist mir halt sehr wichtig und ich mache meine eigenen Projekte, die mir halt viel mehr bedeuten, als jetzt als Angestellter zu arbeiten. Es gibt aber auch die gegenteiligen Beispiele, wie meine beiden Schwestern, die mögen ihren Angestelltenjob sehr gern und das finde ich auch super. Wenn du das magst und magst, dann mach das doch. Es ist doch genau das Richtige. Jeder sollte sich sein eigenes Ding rauspicken und da fand ich es aber wirklich gut, dass du überlegst, wie viel Leben bekomme ich für mein Geld sozusagen. Und das wird in dem Buch sehr gut behandelt. Wie ich mit meiner Schwester und Marco gesprochen habe, ist mir aufgefallen, dass man einfach seine Finanzen an sein Leben anpassen sollte. Und wenn man nicht weiß, was für ein Leben man führen will, dann kann man die Finanzen ja nicht an sein eigenes Leben anpassen. Also das ist für mich irgendwie so ein Aha-Moment gewesen, wo ich eigentlich das schon längst mache, nur ist vielleicht der Ausdruck besser, wenn man sagt, man seine Finanzen an sein Leben anpassen. Und das würde ich dir empfehlen, dass du das genau machst. Also geil. Ich finde es einfach so geil, dass mich das selber freut. Ich habe ein bisschen Gänsehaut auch, weil es einfach eine wichtige Sache ist, wie ich finde. Kommen wir zum zweiten Buch von der Wildsau zum Sparschwein. Fand ich auch richtig gut. Der, wie heißt der, Michael Serwe hat auch einen eigenen YouTube-Kanal. Und ich finde, der hat es sehr gut und locker und spaßig auf den Punkt gebracht. Und deswegen fand ich das auch so ein extrem gutes Buch. Und die Basics sind da einfach drin. Das Wichtigste ist drin, aber halt extrem gut verpackt. Es gibt ja viele Bücher, die sehr trocken sind. Und ja, ich bin glaube ich auch vielleicht ein bisschen trocken. Also ich meine jetzt vom Sprechen her, nicht so emotional gebunden. Da ist im Buch auf jeden Fall viel mehr geboten. Also wenn mehr darauf stehst, dass du Emotionalität brauchst, bist du bei dem Buch auf jeden Fall richtig. Und deswegen kann ich dir dieses auch empfehlen. Kommen wir zum dritten Buch. Das ist dann eher was für Fortgeschrittene. Da geht es dann hier um den Cashflow-Quadranten, könnte man sagen. Also ich kann es ja nicht richtig aussprechen. Das ist von Robert T. Kiyosaki. Wenn es richtig ausgesprochen ist, weiß ich nicht. Und da geht es halt darum, wie du dein Einkommen bekommst. Also in dem Fall als Angestellter, als Selbstständiger, als Investor oder Unternehmer. Und welche Bereiche am meisten Sinn machen, könnte man sagen. Und dich am meisten voranbringen. Wo du einfach mehr Unabhängigkeit haben kannst. Also für mich einer der Basics, die man unbedingt lesen sollte, wenn man über Einkommen nachdenkt. Weil da geht es halt sehr stark ums Einkommen. Bei anderen zwei Sachen ging es eher ums Ausgeben. Und da ist wirklich der Punkt Einkommen extrem wichtig. Ich habe dir natürlich alle Bücher unten in der Videobeschreibung verlinkt. Sind natürlich Affiliate-Links. Wenn du aber sagst, du willst es nicht über meinen Link machen, dann empfehle ich dir noch was. Und zwar könntest du noch ein bisschen was sparen. Dann würde ich wieder mein Geschäftsmodell kaputt machen. Irgendwie klappt das heute nicht. Auf jeden Fall gibt es jetzt bei Payback auch Amazon. Und dadurch kannst du dann einfach Punkte bekommen, wenn du dieses Buch bestellst. Also eine richtig coole Sache. Es gibt dann ab und zu auch so 5-fach, 10-fach Punkten. Und kannst dann ein bisschen mehr rausholen. Da kannst du ja schon mal hier 5% einsparen, wenn du Glück hast und aktuell eine Aktion stattfindet. Damit ich auch noch ein bisschen Geld bekomme, verlinke ich dir unten noch Payback. Da bekommst du 200 extra Punkte, wenn du dich über diesen Link anmeldest. Und ich bekomme auch 200 Punkte. Wenigstens einmal bekomme ich ein bisschen Geld. Ansonsten hast du jetzt hier ordentlich gespart mit diesem Video. Freut mich für dich. Ein geiler Start ins neue Jahr. Ich bin mir sicher, dass dir eine Stunde mit deinen Finanzen wesentlich mehr Geld bringt, als wenn du eine Stunde für Geld arbeiten gehst. Du musst dir überlegen, wenn du deine Kosten reduzierst, wird das ja dauerhaft so bleiben. Beziehungsweise klar, Inflation, da steigt es vielleicht noch ein bisschen. Aber du kannst ja jedes Jahr deine Fixkosten prüfen. So mache ich das immer. Und dann kannst du da nochmal Geld einsparen. Durch die Einsparungen kannst du dir auch mehr Freiheit in dein Leben holen. So wie ich es gemacht habe. Habe meine Arbeitszeit reduziert und fühle mich damit extrem wohl. Du kannst auch ganz einfach starten mit einem Haushaltsbuch. Ich habe hier eine Haushaltsbuch-App vorgestellt, die ich ganz gut finde. Ich finde es auch wichtig, dass du die Kosten selber einträgst, weil du einfach dann ein besseres Gefühl für deine Ausgaben hast, beziehungsweise einfach bewusster konsumierst. Wenn du mehr Geld und mehr Freiheit haben willst, dann abonniere jetzt kostenlos meinen Kanal. Aber denk immer dran, machen ist wie wollen. Nur krasser. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank.